Hallo und grüß Gott miteinander. Am 3. Oktober feiern wir 30 Jahre Deutsche Einheit. Und das ist Anlass für mich, meinen lieben und geschätzten Kollegen Martin Patzelt aus dem Bundestag, der aus Frankfurt-Oder stammt, hier einzuladen zu einem Gespräch vor dem Reichstag. Frankfurt-Oder und Heilbronn haben 1988 eine Städtepartnerschaft geschlossen, also schon vor dem Mauerfall. Insofern besteht die Städtepartnerschaft zwischen Heilbronn und Frankfurt-Oder schon länger als die Deutsche Einheit. Und ich kann nur sagen, es ist eine gute Partnerschaft, insbesondere auch in den Zeiten nach 1990 gewesen, wo es viel Miteinander, auch viel Zusammenarbeit in den Anfangsjahren gegeben hat. Jetzt 30 Jahre nach der Vereinigung, lieber Martin. Wie geht es dir so, wenn du 30 Jahre zurückblickst? Also ich würde sagen, ich bin gut in Deutschland angekommen und freue mich immer noch unbändig darüber, dass unser Vaterland eins ist und dass die kommunistische Zwangsherrschaft beendet ist. Das sind so grundlegende, tiefe Gefühle, die mich mit Dankbarkeit erfüllen. Das hat ja auch mit Westdeutschland was zu tun, mit dem Engagement der alten Bundesländer. Und insofern habe ich immer genug Anlass, den Tag der Deutschen Einheit zu feiern. Und übrigens im Bundestag, das ist ja auch irgendwie typisch, man guckt dann sofort, wo ist denn ein Abgeordneter aus Heilbronn? Also da habe ich dann auch gemerkt, es gibt eine gewachsene Nähe. Egal, welche Person das ist, aber wenn da jemand aus Heilbronn kommt, gibt es schon so ein Stückchen mehr Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, das kann ich nur bestätigen, zumal ich dich ja auch in deiner Zeit als Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder kennengelernt habe. Du warst zwischen 2002 und 2010 Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder. Da gab es immer wieder Besuche von dir nach Heilbronn oder von uns als Gemeinderäte nach Frankfurt-Oder. Und ich hätte jedenfalls nie gedacht, dass wir uns mal wieder als Kollegen im Bundestag treffen. Ja, das hätte ich auch nie gedacht. Ich bin ja vom Pensionsalter schon in den Bundestag gestartet. Also ich war schon aus der Oberbürgermeisterzeit ausgeschieden und mich haben dann meine Parteifreunde noch mal motiviert und zu sagen, tritt an, ich hätte nie geglaubt, dass in dieser doch wirklich nicht CDU-Wählerschaft ein Oberbürgermeister aus der CDU das Direktmandat erreicht. Aber deswegen kann man im Leben immer wieder auf Wunder vertrauen. Es wurde damals von dem Landesvorsitzenden der CDU als das Wunder an der Oder bezeichnet. Ich selber hatte nicht daran geglaubt. Aber dann war es schön und jetzt bin ich in der zweiten Periode da. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass ich für meine Region und für uns selber auch immer im Rahmen unserer CDU-Politik doch wirksam werden kann. Ja, und Wunder ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Wolfgang Schäuble, unser Bundestagspräsident, hat es ja dieser Tage auch als Wunder bezeichnet, dass wir die deutsche Wiedervereinigung geschafft haben. Und zwar auch nur auf diese Art und Weise, friedlich, ohne Blutvergießen. Für mich ist es auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir jetzt als Deutsche wiedervereinigt sind. Selbstverständlich insofern, als es einfach zusammengehört. Und vorher in der Trennung habe ich es als unnatürlich empfunden. Und insofern ist es auch für mich eine große Dankbarkeit, dass wir es nach den Wirren des Krieges geschafft haben, Ost und West, Deutschland, eigentlich Vaterland, wieder zu gestalten. Jeder von uns beiden wird das ja immer aus einer ganz unterschiedlichen Perspektive erleben. Auf dem Hintergrund seines bisherigen Lebens. Und ich muss sagen, die meiste Zeit meines Lebens habe ich in einer Diktatur verbracht. Insofern erlebe ich die Demokratie auch nochmal emotional ganz anders, was für Westdeutsche vielleicht selbstverständlicher erscheint. Für mich persönlich erwächst daraus auch immer eine tiefe Verpflichtung, das, was uns sozusagen ermöglicht wurde, und das wir auch selber, kommen wir aus der Bürgerbewegung, auch bewirkt haben, auf Europa zu übertragen. Und sagen, das Trennende innerhalb von Europa, und als Menschenrechtler sage ich auch, das Trennende innerhalb der Welt bedarf immer aktiven Handelns von Menschen. Das ist so ein bisschen meine Überschrift, mit der ich auch im Bundestag bin. Ja, das merkt man auch bei den Themen, die du hier bearbeitest, insbesondere auch im Bereich der Menschenrechte. Und ja, ich glaube, das ist auch wichtig, wenn Menschen, die viele Jahre in einer Diktatur leben mussten, auch immer wieder darüber berichten, uns, die wir von Geburt an die Freiheitsrechte der Bundesrepublik genießen durften. Und manchmal auch der Eindruck entsteht, man würde sie nicht wirklich schätzen. Es ist schon ein Wert an sich, die Freiheit und die Demokratie, die wir in Deutschland jetzt haben. Wir Menschen sind ja so geartet, dass wir das Normale, das Schöne, Gute als Normal erleben, und das Mangelnde und Schlechte als etwas, was wir verändern wollen, was wir anders haben wollen. Das ist normal. So ist unsere Natur. Sonst gäbe es gar keinen Fortschritt. Und insofern ist es wohl, glaube ich, auch ein verstehbares Zeichen, dass viele aus dem Osten, genau wie aus dem Westen, mit dem gegenwärtigen Leben nicht ganz zufrieden sind, sondern sagen, wir haben Handlungsbedarf. Das ist immer in der Geschichte so gewesen. Aber für mich ist es sehr wichtig, dass wir eben aus dem Gefühl der Dankbarkeit sagen, das müssen wir auch erhalten. Denn ich bin auch Sprecher für Demokratie und Erziehungskompetenz. Wir leben auf gefährdetem Terrain. Wenn die individuellen Bedürfnisse so groß sind, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt droht, kaputt zu gehen, dann spielen wir ein bisschen mit dem besten Kapital, was wir haben. Und das ist für mich auch immer Anlass, solche Themen ins Gespräch zu bringen und zu sagen, Demokratie braucht Demokraten. Das alles ist nicht selbstverständlich. Ich sage dir das so, weil ich bemerke, dass die Spätfolgen von Diktatur eigentlich viel schwerwiegender sind als mangelnde Reisefreiheit und mangelnde Meinungsfreiheit. Erstmal vordergründig, weil ich doch viele Menschen in meinem Umfeld, in meinem Wahlkreis erlebe, die sich wieder an die Fleischtöpfe Ägyptens zurücksehnen. Also wenn die Versorgung gut klappt und zumindest aus Gerechtigkeitsbedürfnis genauso klappt wie im Westen, dann könnte doch eigentlich alles so sein, wie es in der DDR mal war. Also, dass die Unfreiheit und die politische Indoktrination, unter der ich schon in meiner Schulzeit immer sehr gelitten habe, dass die eigentlich nicht das Problem heute darstellt, kann ich nur verstehen, weil man jetzt die Freiheit hat. Die Freiheit, all das zu sagen und zu denken, was man vorher ja kaum zu denken wagte, weil man schon dachte, ob das nicht jemand mitkriegt von der Stasi um die Ecke. Ist da das Vergessen zu schnell gegangen? Auch ein Stück weit die Aufarbeitung der DDR-Zeit. Also ich als, wenn ich das so sagen darf, Wessi, kann es im Grunde genommen gar nicht nachvollziehen, dass nach der Wende die Linkspartei als Nachfolgepartei der SED noch einen solchen Zulauf erhalten hat und nach wie vor viele Menschen, die ja auch unter der SED-Zeit gelitten haben, dennoch bereit sind, die Linkspartei zu wählen. Ich denke mal, und kann das auch aus Erfahrung meiner eigenen großen Familie bestätigen, dass das Leiden vielleicht nicht ganz so groß war, wie man es immer dargestellt hat. Es gab eine Gruppe von Menschen, die haben unter der Unfreiheit sehr gelitten, weil sie freier denken wollten. Es gab eine große Gruppe, die wollte gerne reisen, das durfte sie auch nicht. Es gab Menschen, die haben sehr gelitten, weil die Familien getrennt waren. Mein Vater durfte nicht zur Beerdigung seiner Mutter fahren. Meine Mutter durfte nicht zur Beerdigung ihrer Mutter fahren, die beide im Westen lebten. Ich habe meine Großmütter nie kennengelernt. Da gab es schon Gruppen, die gelitten haben, aber es gab auch einen großen Teil von Menschen, zum Beispiel wie meine Schwester mir sagte, du kannst doch nicht immer was dagegen haben. Wir leben nun mal hier und da müssen wir uns ein bisschen einrichten. Und wenn man sich eingerichtet hat, dann war das Leben vielleicht sogar leichter. Man musste nicht dauernd kämpfen um seinen Arbeitsplatz, um seine Karriere, um seine Einkünfte. Das war alles egalisiert. Die Einkommen lagen dicht beieinander. Arbeit war für alle da, welche auch immer. Aber ich war versorgt. Ich habe das nochmal so gesagt, wir leben in einem Kindergarten mit schlechten Erziehungsmethoden. Und wenn man kindlich lebt, dann freut man sich, wenn die Eltern gut für einen sorgen und das alle schon machen. Nun hatte ich das Bedürfnis, als Erwachsener zu leben. Und manche anderen auch. Und das gab dann auch meine kritische Haltung, die dann schließlich in der Bürgerbewegung auch landete in 1989. 1989, gutes Stichwort. Wie hast du den Mauerfall, ganz persönlich, den Mauerfall erlebt? Wo warst du am Tag des Mauerfalls, am 9. November 1989? Und wie ging es dir dann die Tage danach? Also man kann die deutsche Einheit und alles, was da passiert ist, am besten immer mit den Geschichten wiedergeben. Weil sie ja immer im persönlichen Erleben auch so sind. Ich war in Thüringen, im Thüringer Wald, in einem Ferienheim der Caritas. Ich hatte ein Fernstudium, das über den Westen organisiert war. Und die Professoren kamen immer mit einem Urlaubsvisa in den Osten und wir haben Blockseminare gemacht. Also Zielstellung der Ausbildung war, dass ich Dozent an kirchlichen Ausbildungsstätten werde, weil die Alten, die noch da waren aus der Vormauerzeit, nur ins Rentenalter gingen. Und wir mussten die Stühlen schließen oder brauchten Nachwuchs. Und das war der 9. November und wir tanzten über die Tische und freuten uns. Natürlich war das alles eine selektive Gruppe, die dann versammelt war. Wir konnten es gar nicht begreifen. Das war unglaublich. Mich rührt das heute noch an, was da über uns kam. Und ich habe ja oft das Wort geprägt, so für mich und andere sagen es auch, wir waren trunken. Trunken vor Freude, trunken vor Überraschung. Wir wussten noch gar nicht, wo es hingeht. Und natürlich hatten wir den Westen aus der Ostperspektive vor Augen. Ja, so wollen wir leben. Ich war ein bisschen wissender, denn wenn ich die Westverwandten besucht habe, was ja dann schon möglich war, habe ich gefroren in der Wohnung, weil sie die Heizung immer schön runtergedreht haben, um Geld zu sparen. Da wurde auch sehr genau geguckt, wofür geben wir unser Geld aus. Das waren alles keine Ostgewohnheiten. Wir haben mit dem Wenigeren, aber doch ziemlich unberechnet gelebt. Weil es lohnte sich nicht, große Anschaffungen zu machen, weil es gab ja vieles nicht. Wir waren mehr darauf angewiesen, auf die Solidarität, auf die Tauschwirtschaft. Du hilfst mir, ich helfe dir. Und insofern haben sich viele Kategorien für uns völlig verändert. Das glaube ich, ja. Und, weiß nicht, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal innerhalb von Bonn warst? Das war dann in der Zeit als Oberbürgermeister, in 1994, ich war noch vier Jahre beim Ministerium beschäftigt, wollte dann aber in die gestaltende Arbeit gehen. Also, das Ministerium war nichts für mich. Ich wollte frei sein auch und nicht durch Bürokratie ständig gegängelt und durch Ober und Unter. Wie hieß das im Ministerium? Ober sticht unter. Ober sticht unter, genau. Naja, das hatte ich lange genug gelebt. Also, also Beattenspruch. Ja, und das hat sich verbunden mit meinen politischen Erfahrungen. Raus. Und dann habe ich doch den Freisprung gewagt, acht Jahre Beigeordneter, in einer Region, die sehr linksdominiert war. Also, meine Stadtverordnungsversammlung waren immer in der Mehrheit Linke. Aber die Leute haben mich gewählt, vielleicht weil ich aus Frankfurt kam, große Familie, sehr klar in der Ansprache, authentisch. Und nach acht Jahren, ich habe gerechnet, dann sind meine Kinder aus dem Studium, im Studium fertig. Ich brauche nicht so viel Geld, meine Frau ist hier der gleichen Meinung. Wir kriegen schon wieder eine Arbeit. Und deswegen habe ich mich da eingelassen. Dann bin ich nach Frankfurt zurück und von Frankfurt gleich nach Heilbrunn gefahren. Ah ja. Um die Partnerschaft kennenzulernen, um die Protagonisten da kennenzulernen, den Oberbürgermeister. Und daraus hat sich wirklich eine intensive, ich würde mal sagen, Gesprächskultur auch entwickelt. Die Beziehung bestand ja schon zwischen den Menschen. Ich war auch der Meinung, wir brauchen nicht mehr so materielle Hilfen. Die haben wir über den offiziellen Transfer ja bekommen. Und wenn ich mal trinke, ein Großteil der Gehälter meiner Stadtverwaltung kam über die Transfermittel. Wir konnten es ja nie alleine erwirtschaften. Jetzt in dieser Situation denn noch zu hoffen, dass noch besondere Geschenke kommen, das hielt ich für mich für uneherhaft. Aber der Dialog. Warum macht ihr das so? Warum machen wir es so? Was ist eigentlich anders an unserem Leben? Welche Erfahrungen bringen wir mit? Und das war mit dem Kollegen Himmelsbach insbesondere immer sehr gut. Wir haben tolle Gespräche geführt, auch mit Abgeordneten, auch bei denen zu Hause. Wir entziehen mich ans Weinfest. Wir waren immer erst sehr, sehr früh am Morgen, dann zu Hause, durch die vielen guten Gespräche. Und ich glaube, das ist ein Wert, der noch viel höher liegt als ein materieller Transfer. Der Austausch von verschiedenen Lebenserfahrungen. Nachdem, ich bin ja frommer Christ, Paulus sagt, prüft alles, das Beste bewahrt. Gut, und in der Tat, ich kann mich auch an viele Reisen nach Frankfurt-Oder erinnern. Eines ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das war die Gründung der Dreierstädtepartnerschaft mit Zlubice. Zlubice über die Oder hinüber, eine polnische Stadt, ehemals Stadtteil von Frankfurt-Oder. Ich weiß, dass du da auch treibende Kraft warst, die drei Städte sozusagen zusammenzubringen. Es war eine tolle Begegnung und auch ein schönes Fest dort. Ich habe mich sehr gewundert erst mal und dann auch gefreut, dass Heilbronn diese Städtepartnerschaft mit Zlubice, mit der ehemaligen Frankfurter Vorstadt, so klar, ohne viel Diskussion, auch aufgenommen hat. Und wir waren dann tatsächlich immer im Dreierpack. Himmelsbach, dann Budjatski, der polnische Kollege und ich. Und wir haben viele Fahrten dann auch mit den Polen zusammen im Bus nach Heilbronn unternommen. Ihr wart da und es gab immer Termine links und rechts der Oder. Genau. Von Anfang bis Ende. Und für mich war es auch so wichtig aus der Wahrnehmung der Polen. Die Polen waren ja immer diejenigen in Europa, die hinten angestellt wurden, die dreimal geteilt wurden, die sich immer Minderwertigkeit fühlten. Und auf einmal waren sie gleichberechtigter Partner. Das war mir so wichtig. Deswegen habe ich mich gefreut, dass ihr die Polen aus der Westperspektive genauso behandelt wie uns. Und übrigens, als ich dann meine Amtszeit beendet hatte, haben mich die Polen geehrt. Ich bin Ehrenbürger Stadt Zlubice und die Heilbronner auch. Da habe ich gedacht, dann habe ich ja nichts verkehrt gemacht. Nein, absolut. Das wollte ich jetzt gerade erwähnen. Die Stadt Heilbronn, der ehemalige Oberbürgermeister Himmelsbach, hat dann die goldene Münze der Stadt Antich verliehen. Also auch etwas, das wirklich gewürdigt wurde, der Einsatz für die Städtepartnerschaft. Insbesondere auch durch das Zusammenbringen dieser drei Städte. Und für uns war das auch ein europäisches Projekt, gerade in den Zeiten danach, wo wir dann ja auch mit Polen engere Bande auch auf europäischer Ebene geknüpft haben, dies damit zum Ausdruck zu bringen. Lass mich noch den Satz sagen. Ich hatte vor den Polen auch immer Respekt, weil die nicht die finanziellen Transfer aus dem Westen hatten wie wir. Wir sind ja wie ein behinderter Bruder oder Schwester vom Westen gepäppelt worden. Zum Teil noch heute. Und ich will daran auch nichts kritisieren und so. Das ist schon sehr hilfreich. Aber die Polen mussten aus eigener Kraft viel machen. Und schau mal, wo die heute sind. Wie die ihr Bruttosozialprodukt vermehrt haben durch Anstrengung, durch Klugheit, durch Fleiß. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht sind die vielen Mittel, die zu uns gekommen sind, vielleicht auch haben die eigene Anstrengung nicht so motiviert. Sondern wir dachten immer, da muss alles doch aus dem Westen kommen. So wie der Staat uns wie Behinderte behandelt hat, so hat sich das ein bisschen mental fortgeschrieben. Na, sind welche da? Die müssen uns ja was geben. Und die Polen haben das nie so empfunden. Die haben die Ärmel hochgekrempelt und haben gearbeitet. Das hat mir immer sehr imponiert. Absolut. Ich habe es aber auch, mir hat es sehr imponiert, wie gerade auch die Menschen aus den neuen Bundesländern damals ihr Schicksal in die Hand genommen haben. Jedenfalls viele davon und auch die neuen Freiheiten genutzt haben. Persönlich, für sich, sei es durch Reisen und anderes. Aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht, dass viele sich selbstständig gemacht haben. Oder einfach sich engagiert haben in sozialen oder politischen oder kirchlichen Bereichen. Also das hat mir schon auch imponiert. Und für mich persönlich nochmal war es wirklich eine Selbstverständlichkeit und das Natürlichste von der Welt, dass wir nach dem Glücksmoment der Wiedervereinigung dann auch gemeinsam den Aufbau gehen. Und jetzt, weil die Zeit sehr fortgeschritten ist, möchte ich noch eine Frage stellen zum Thema heute. Was braucht es deiner Meinung nach, um das Miteinander noch besser zu stärken? Also nochmal auf eine kurze Formel gebracht. Die Westdeutschen haben gezahlt und die Ostdeutschen haben gelitten. Viele Biografien sind wirklich in die Brüche gegangen. Viele, die unternehmerische Anstrengungen unternommen haben mit viel Mut, sind wieder in die Insolvenz gegangen. Wir hatten kein Kapital. Was bei euch in drei Generationen aufgebaut wurde, war nicht da bei uns. Es gab keine Ersparnisse. Und der Mut der Menschen und ihre Identität und das Gefühl, da kommen die Westdeutschen, die können sich alle besser artikulieren, die fühlen sich sicherer, das hat schon viel Leid auch gebracht. Und dann hatten wir noch ein besonderes Problem, dass die Starken immer schon nach dem Westen weggegangen sind. Wenn wir heute mal reden, wer ist denn aus dem Westen was geworden und wer aus dem Osten, welche Stellen sind besetzt und nicht, dann frage ich immer lieber mal nach, wo kommst du denn eigentlich her? Ja, und dann erstaunlicherweise stellt man fest, dass viele im Osten geboren sind und dann auf die Reise nach dem Westen gegangen sind und dort geblieben sind. Ich habe in Heilbronn mal drei Jugendliche getroffen, die haben mich angesprochen und haben gesagt, oh, Herr Oberbürgermeister, wir kommen auch aus Frankfurt. Dann habe ich gesagt, kommt zurück, wir haben jetzt Solarindustrie, wir haben Arbeitsstellen. Sagt er, wir kommen nicht zurück, wir kommen nicht zurück. Ich sage, und warum nicht? Das Wetter ist besser, der Wald schmeckt besser und hier jammern uns nicht unsere Alten die Ohren voll. Und das ist ein Problem auf der Frage, was wir wollen. Wir müssen im Gespräch bleiben und wir müssen verstehen die Lebensläufe der Menschen, wir müssen uns Geschichten erzählen. Das haben wir in diesem Format der Bundesregierung in Heilbronn sehr schön gemacht. Wir haben uns getroffen mal an einem Wochenende, hat die Bundeszentrale für politische Bildung ausgerichtet. Da haben wir uns unsere Geschichten erzählt und ich bin ja mit dem Bus mit meinen Frankfurtern zurückgefahren. Das war eine so schöne und dankbare Stimmung, dass die Ostdeutschen, wir mal den Westdeutschen, den Heilbronnern, sagen konnten, wie ist es uns eigentlich ergangen. Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort, dass wir im Gespräch bleiben. Wir sind es sowieso miteinander, aber auch zwischen den Städten Frankfurt-Oder und Heilbronn, dass wir da das Band, das gewachsen ist, das vielleicht aber immer wieder auch der Erneuerung bedarf, dass wir dieses pflegen und hegen. Das wäre eigentlich mein Wunsch. Ein schöner Wunsch und ich würde das immer unterstützen, zuhören, zuhören, verstehen und sagen, wir zusammen sind Deutschland. Absolut. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Wir zusammen sind Deutschland. Insofern herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Und trotz Corona mit den entsprechenden Rahmenbedingungen darf man am 3. Oktober 30 Jahre Deutsche Einheit feiern. Alles Gute. Tschüss. Das wünsche ich Ihnen auch allen und ich bin eigentlich so froh und sage, meine Stimme im Bundestag ist genauso viel wert wie seine Stimme. Ja, sowieso. Tschüss.